Pizza Hi Leute, willkommen zu meinem Video. Mein Name ist Lina und wir gehen heute für 24 Stunden aus. Ich gehe mir gar nicht raus, nur ich muss bis jetzt halt jetzt ein bisschen leiser reden, weil Alina steht, glaube ich, vor der Tür. Die sucht irgendwas in dem Schrank, Alter. Selfie sucht die so ihr Gehirn. Und wir werden die halt stalken. Und ich will wissen, was sie halt macht, wenn Inga und ich nicht zuhause sind. Also, ob sie in unser Zimmer geht, ob sie, keine Ahnung, keine Ahnung was macht, egal. Komm, wir gehen jetzt raus und wir sagen Alina, dass wir rausgehen. Alina steht da wieder mit ihrem roten Oberteil. Alter, wie viel rote Oberteil besitzt sie? 20.000 Stück. Hä? Hä, woher gehst du? Raus? Ich würde eigentlich das als Job machen, aber hä, woher gehst du? Mit welchen? Jungs? Nein. Mutter, Alina, geht mit Jungs oder was? Ja. Soll ich Schlüssel mitnehmen? Nein. Mama ist doch zuhause. Also, ciao. Tschüss. Ja. Leise, leise. Ist die da noch? Leise, richtig leise. Du bist wie so ein Elefant, Alter. Und dann auch. Ey, du hast mich noch nicht gefunden, Alter. Hier ist ein komplett gelieb. Ja, und Jassen darf nicht wissen, dass wir da sind. Dann lassen wir da. Krabbel runter. Wieso? Warte, wofür soll es gehen? In Eichs? In Eichs? In Eichs Zimmer? In Eichs Zimmer? Die ist doch im Kloch. Kloch zum Modell ist in Eichs Zimmer. Und was ist wenn, wenn die da im Zimmer ist? Gleich mal gucken, leise. Ja, das ist gut. Nur kurz. Wo wollen wir uns verstecken? Dahinter dem Ding. Oder da? Da. Ich versteck mich da, versteck dich hier. Weil das ist so lang. Da würdest du irgendwie so machen, dass die Dinger dich nicht zieht. Weil die Dinger sind doch eh so lang. Ja, okay. Sally. Ich gehe dahinter. Ich gehe dahinter. Und du gehst dann in die andere Ecke. Sally. Hier, hier. Okay, schnell, 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 schnell. Ey. Was machst du? Schnell. Schnell. Geh, geh. Geh weiter. Komm, komm, komm. Geh rein. Hey Sally. Ey Sally, für Scheiße, dass du jetzt rausgegangen bist. Ich habe voll Lust auf Pizza bekommen. Also wie immer. Ja. Schreibt mir, wenn ihr vielleicht an einem Pizzaladen vorbeigeht oder so. Keine Ahnung. Aber ich habe voll Lust auf Pizza bekommen. Ich gehe wieder bestellen. es ist noch nicht schneller. Ich habe Spaß gemacht. Die mothers sind sprengar. Ich habe mit Meeting im Internet inっていう국��. Ich habe mitgebracht. Es ist Critzer. Osternes ist glatt. Yassin, halt deinen Maul. Du näherst. Ich will nicht deine Stimme hören. Ja, geht doch. Ey, Melissa, hast du heute Abend vielleicht Zeit, weil ich wollte eigentlich Pizza essen gehen. Aber ich will nicht alleine gehen, weil Sally ist draußen mit Inga und nicht mehr allein zu Hause. Also nicht allein zu Hause hat Yassin meine Mutter es da, weil die wollen ja nicht mit mir Pizza essen gehen, weil ich habe eigentlich Pizza-Verbot. Aber ja, guck mal, Bro, ich zahle auch, wenn du mitkommst. Und dann bekommst du eine Gratis-Pizza. Oh mein Gott, ich aus. Warum sieht man so durch aus? Ja? Ja, ich kann heute Abend. Ja, okay, warte, warte, ich frage mal kurz nach, aber ich gehe kurz in die Küche. Ja, okay, warte kurz. Ich frage kurz, ja? Ich frage kurz, okay? Ja, bleib dran. Oh, komm, 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 ich geh in die Küche. Da sind irgendwelche Viecher oben. Ja, komm, 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 komm. Ja, ich bin gerade in der Küche. Ich habe doch gesagt, ich habe mir was zum Trinken, ne? Ja, warte doch kurz. Machen wir doch kurz, wo man schon sagt. Ja, okay, wenn du willst. Machen wir mal den Sack, stopp. Ja, 19, 30 oder 20 Uhr war gut eigentlich. Ja, 20 Uhr, okay. Ja, okay, ciao. Ja, Finn? Wer hat die ganzen Schokobrötchen aufgegessen? Ja, Finn? Tschüss, ich. Tschüss, Selina. Tschüss, Selina, Alter. Warum, warum man das Sack schämmt, alle ziehen? Hä? In einer Schlappe. Hm. Hey, alle, alle, die im Tod sind schon. Mach doch schon tot da hinten. Also, du hast die Wasser mit dem Kumpel. Du hast die Wasser mit dem Kumpel. Ich habe das mit dem Kumpel. Erstmal mit Zucker. Ja, hab ich dir dein Gefühl, die haben es gut. Warte, ich glaube, die kommt. Warte, leise. Leise. Ich glaube, die kommt. Oh, das ist so cool. Ich weiß nicht, ich habe keinen Zucker gefunden. Scheiße. Ich habe keinen Zucker gefunden. Ich habe keinen Zucker gefunden. Los, schnell, los, schnell. Die Scheiße. Wo ist sie jetzt? Sie ist bei dem Zimmer, Rainer. Warum warst du nicht in meinem Zimmer? Stell dir vor, die nimmt immer Sachen von dir. Ich schwöre, mein Make-up. Ich sehe so meine Revolution-Palette. Meine Palette ist immer irgendwo anders. Ich habe so eine Zeit drauf. Warte, meine Pinsel. Als ob die meine Pinsel hat. Deswegen sieht es so geil aus, weil ich meine Pinsel benutze. Die kann man sich eigentlich eigentlich kaufen. So, so. Lass ihn jetzt im Kopf passen. Aber warte. Warte, lass. Das ist mein... Ich habe meine Idee. Hä? Ja, hallo. Ich möchte gerne etwas bestellen. Nein. Ja, genau. Zum Liefern. Mhm. Und zwar eine Pizza Margarita und Elle. Nee, das war's dann. Danke schön. Tschüss. Ja, ja. Pizza. 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 Die hat gerade meinen Lippen schon in ihre Finger geschnitten. Nee, geschmissen. Warte, der ist hässlich, der ist geil. Der ist einfach geil. Ich hatte auf meine Lippen gerade eben... Ich gucke, die kommt wieder. Natürlich mit Pizzateig. Ja, hallo. Äh, hier ist... Und zwar, ich habe vor einer halben Stunde ungefähr eine Pizza Margarita bestellt. In der Größe L. Ähm, meine Frage wäre, ob es jetzt noch lange dauern würde. Ja, danke. Vielen Dank. Tschüss. Oh, nee. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, das ist einfach scheiße. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich kann jetzt verkaufen. Oh, mein Gott. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Du hast einen Honorčpaten. рач. coincide Gar keinen Blitz mehr. Mein Baby, ich mein ein und alles, mein Baby. Ich bin ein und alles, mein Baby, ich mein Baby. Oh mein Gott, oh mein Gott. Pizza. Piss dich. 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 Sollte Denkst du, Balkon ist auf dem Balkon hier rum? Warten ist, bis die hier im Zimmer ist, dann gehen wir halt so wieder raus. Hallo, Elke, was hast du denn so gemacht? Ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Ich glaube, die ist wieder rein in das Zimmer. 100 Brunnen. Doch, die ist wieder rein in das Zimmer. Hey, bist du immer noch zu Hause? Ah ja. Hey, es riecht wieder eine Pizza. Nein. Hast du denn diese Pizza gegessen? Nein. Alina? Nein. Warum riecht es hier? Pina, hast du Pizza gegessen? Nein. Soll meine Mama fragen? Nein. Bro, was ist das? Toll wieder. Wir dürfen uns nicht noch hintergehen. Erstmal mit Inglot, zusammen jetzt hier nochmal allein. Hast du denn die ganze Pizza alleine gegessen? Nein. Mit wem, ne? Ähm. Ich habe keine Pizza gegessen. Alter, wir sind nicht dumm, Alter. Nein. Alter, dein gesamtes Zimmer riecht danach. Nein. Ah ja, du hast kein Guthaben. Und das ist der einzig... Ach, das sucht doch. Warte. Warte. Wenn Haus-Telefon hier liegt, dann ist klar, was sie gemacht hat. Safe. Und ich gucke kurz, wer angerufen wird. Eck. Wessen Nummer ist das? Hey, wie soll ich das noch zweimal angerufen? Was willst du jetzt? Ich will Pizza. Es gibt keine mehr. Inka! Ja. Du hast Verbot. Ja. Stimmt. Weißt du, Mama? Ah, deswegen hast du Rot an, wegen Salami-Pizza. Nein. Der Pizza-Cheap wollte mir sogar einen Deal machen. Er hat gesagt, ob ich eine Party-Pizza für ihn abkaufen möchte. Kennt er dich schon so gut oder was, dass er mit dem Deal... Anscheinend schon. Alter. Anscheinend schon. Und warum gibt es denn da meine Lippenbestift, mein Deo, meine Ruhige... Stimmt, was hast du damit gemacht, Alter? Ähm, ich wollte mich schminken. Pech, aber das sind meine teuren Sachen. Ja, du benutzt auch meine teuren Sachen. Und das sind die Sachen, die ich jeden Tag brauche, was du in die Leer sein willst. Es ist Sonntag. Willst du mir das denn kaufen? Ja, gehst du morgen mal hin oder was? Ja? Nein. Ich habe morgen Zahnzehme, das weißt du. Okay, Leute, das war es mit dem Video. Allerdings echt ein 1-3-Tiger, weil sie einfach Pizza isst, ohne uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.